willkommen zurück in farquay 3 da bin ich wieder und jetzt heute ja heute wollte ich eine kleine mission machen man sieht schon auf der karte habe ich mir markiert eine kleine scharfschützen mission aber erst mal müssen wir da wieder runter kommen wir das machen weiß ich auch schon ich habe alles geplant sondern nehmen wir erst mal hier schön hoffentlich falle ich nicht wieder runter wie denke ich das noch mal genauso okay er ist echt nice gemacht ok ja also wenn auch super gelandet muss ich den einfach um mieten oder wie ich habe keine ahnung vielleicht muss ich auch mit dem ritz erst reden aber es sieht ja so aus als wäre es mein ziel oder es ist aber nicht kann ich komme mal rum zu dir hallöchen ja immer noch ok also wir müssen dann hier erst mal ein training durchlaufen müssen wir nicht mache ich aber erst mal was müssen wir was ist das denn hier mhm 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 ach du scheiße mit sollen wir die vögel ja treffen oder was wohnst du schaum schieben nur ein schwerer alter ist das krass so kaum also ich habe es kapiert wohnert nach wir müssen hier quasi die vögel schießen die quasi die turn tauben und ich man sollte auch treffen glaube ich das war hier die voraussetzung alter gleich weg ok also ich bin da nicht so gut doch bewegt ziele zu snipen ist auch echt schwer also finde ich ach so ok hast du bist ja hast du bist ja so jetzt klappt es doch oh nein wenn ich das sage so perfekt haben wir sich hier auch bücken oder so ne schade alter durch den baum er ist echt nicht so einfach zack nummer 1 nummero gar nichts los lachen danach alter ist ja nicht so nummer 1 nummer 2 nummer 3 genial schnell nachladen hohohoho das war gar nicht mal so schlecht wie ein 15 von 16 geschafft und ja die hast ja gesehen es ging es ging so also man kann es besser machen aber ja ist okay ob es will sie denn so ja ich will da rein wirklich ja wenn ich wirklich okay das hat mir ja sehr viel gebracht genau liegt natürlich außen draußen rum natürlich nicht im haus versteckt man ich lege meinen schatztruhen auch immer draußen hin sicher erwartet hat keiner ja nehmen wir mal so ein bisschen mit vielleicht kann man es noch gebrauchen da haben wir denn da oben so 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 also meine kiste ok all right da steht mir ein ort worum ich wollte gerade fragen warum ist es ist es noch nicht auf der karte aber dann kam es ja und ich wollte immer so die community fragen gefällt es euch eigentlich frage bei drei war keine ahnung wenn ich dann würde ich zwei ja nicht mehr aufnehmen weil will ja schon dass es euch gefällt ist ja jetzt nicht so ich mache ja in mir auf keiner guckt sich an zum beispiel ich hätte jetzt noch so im angebot es auf spades kann ich auch mal wieder machen wenn ich mal wieder dazu komme ja ich kann auto lenken so fragst und ich mache erstmal eine trainingsrunde hier so ähm das aber kein auto hallo ist kein auto steig drauf steig drauf los geht's also hier sieht man jetzt auch mal was man so als nebentätigkeit machen kann ziel schießen rennen fahren das wollte ich heute einfach mal zeigen und ich finde das relativ nice gemacht äh alter ist das so ein triathlon geil okay das ist richtig geil ich bin schon mal so aufs queen rennen gefahren aber sowas ne sowas auch nicht okay das können wir vergessen wir starten das mal neu alter das war doch gar nichts hier was ist denn heute mit mir los also ja ich will nochmal das rennen fahren hat er gerade geredet ohne was dass wir es gehört habe also e halten um drauf zu steigen erst mal dann halte ich jetzt e steige drauf und gebe vollgas so hier durch und ich gas geben schnell 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 links rum da lang okay jetzt ein bisschen abbremsen ein bisschen abbremsen ein bisschen abbremsen okay ganz locker runtersteigen steigt drauf gib gas ja ist auch echt mies gemacht weil das ding schlittert wie huller und quatsch ist echt schwer zu fahren wenn man es mal selber spielt dann könnte mir das nachvollziehen oh holy holy shit alter okay hier geradeaus links was doch okay nein nein gibt's doch nicht komm gib gas gib gas gib gas gib gas gegau ich habe aber auch ein pech los weiter geht's kann wir schaffen das noch ja klar ich schwimme erst mal weiter also so ein jetski ist langweilig schwimme lieber aber nein wir nimmst doch ich ja sicher was haben die für kasse schanzen reingebaut und fängt doch glatt das bild an zu zittern vor freude ach so das ziel den neustart nö und geld spiel ich das jetzt erst mal nicht wieso auch ich wir brauchen das ja noch und man hat ja gesehen ich fahre jetzt nicht zu dem war ja jetzt nicht so super was können wir jetzt in dieser folge noch tolles machen ich glaube unser nächster auftrag war hier hinzufahren irgendwie auf das schiff und medusa keine ahnung doch das werden wir denke ich mal erst in der nächsten folge machen und damit verabschiede ich mich auch schon wieder und dieser runde schreibt in die kommentare was euch gefällt was euch nicht gefällt empfiehlt mich weiter abonniert mich wenn ich super nett und wenn es euch auch gefällt dann leid doch das video willst du denn das war nichts aber eigentlich unendlich luft anscheinend nicht wie lange kann ich schwimmen also ganz blöde frage ich komme schon wieder nicht dazu die folge zu beenden ich habe ein relikt gefunden und noch ein fähigkeitspunkt ist der meister gemacht das freut mich aber auch nach dem bauch und mit dieser letzten fähigkeit verabschiede ich mich jetzt wirklich bist du nicht ciao ciao mit